Ja, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder mal, euer xgamer032x und ich habe euch aus meiner Let's Play Minecraft Serie Part 125 mitgebracht. In diesem Part machen wir ja noch zwei so eine Gänge weiter, dann werden wir erstmal in die Oberfläche gehen und unseren Cobblestone, den wir hier drin gelagert haben, erstmal in unsere Burg verbauen. Wäre so mein Vorschlag. So, gut, bauen wir uns hier jetzt weiter, weil ich glaube, wir waren da fertig, die beiden Gänge, die wir da letztens gemacht haben, oder vier oder fünf. Ähm, ja, das nehmen wir noch mit, die Kohle. So, ganz schön viel wieder. Ui. So. Was war das? Machen wir noch einen. Weil dann kommt hier ein Weg. Und hier ein Weg. So. Dann kommt da eine Fackel hin und hier eine Fackel. Sieht doch nett aus. Gut. 30 Stück. Insgesamt werden nach hinten. Das machen wir jetzt nochmal. Mal. So. Waren das schon zehn? Jo. Und wenn wir eben mal die Eisenspitzhacke, weil wir haben gleich schon wieder keinen Diamant, oder beziehungsweise wir haben gleich keine Diamantenspitzhacke mehr. Gut. So, machen wir auch schnell die andere Seite da gegenüber. Kurz was essen. So. Gut. Eins, zwei. Ja, da haben wir dann mal wieder Lapis gefunden. Ist natürlich ein schöner Fund. Und so viel. Uiuiui. Na, haben wir dann noch mehr? Nö. Gut. Jetzt habe ich auch nicht irgendeine... Guck, wie viele wir haben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das war ein Zehn. Ja. Und schon wieder Zehn. Nichts übersehen. Gut. Und nochmal die letzten Zehn. Ah, keine Schaufel dabei. Tja, geht auch ohne Schaufel. Äh, da ist glaube ich nichts. Äh, machen wir zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 9, und 10. So, ich glaube, ich habe mich verzählt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 10. Ja, meine ich doch. Machen wir eben so. Zack. So, jetzt werde ich, oder würde ich mal vorschlagen, wir gehen jetzt langsam mal wieder an die Oberfläche. Wir haben ja schon ordentlich was ausgegraben. Wenn ihr jetzt mal ins Inventar schaut. Äh, was kann man denn hier behalten? Lapis Lazuli. Das lagern wir einfach alles mal hier unter, was wir jetzt so an, äh, an Erzen oder sonstiges rausholen. Das bunkern wir erstmal hier unten. Leitern brauche ich auch nicht. Was war das für ein Geräusch? GTF. Achso, das war die Truhe. Nehmen wir mal so viel Kabelstorn mit, wie wir tragen können. Na, dann lassen wir das eine Holz noch hier und die Fackel machen wir damit zu. Und jetzt können wir alles mitnehmen. So, und hoch. Ja, äh, gut. Dauert auch nicht mehr lange, sind wir oben. Hier haben wir Kohle. Hier auch nochmal. Und da sind wir wieder. Ach, ne, das ist so nütz. Was mach ich da? So. Das ist Nacht, das ist nicht gut. Ähm. Ich will, ich will kein, oh oh. Skelette. Und ein Creeper. Und was haben wir noch hier so Feines? Ein kleiner Creeper. Wow, GTF, GTF, warum lag das so? Wow. Oh. Ganz viele Tännefische. Egal, die sind ja morgen auch noch da. Der Creeper darf mir jetzt nicht auf den Kopf fallen. Schnell rein. So. Schlafen. Pui, das war knapp. Creeper sind ja nicht gleich weg. Also fang ja nicht an zu brennen. Die sind ja etwas länger noch da. Und das war der gerade. Wo ist der gerade hochgegangen? Oder, ja, in die Luft gegangen. Bitte nicht bei uns im Haus. Lauf. Ja, äh, wir haben hier noch ein paar Creeper rumwirtschaften, die hier in der Landschaft so sind. Die wollen mal zur Explosion bringen. Moment, ich hab noch einen Feil und Bogen. Das muss jetzt ganz schnell gehen. So. Und Schuss. Und Schuss. Tja, Creeper. Das war wohl nix. Vielleicht nächstes Mal. Ui, 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 lachs. Lissi. Ist gut. Lissi. Lissi. Auf, ne, Schuss, fängt mein Game auszulacken. Lissi. Ist gut. Oh, jetzt. Klein, ich mach hier kurz einen kleinen Schnitt, weil es, Lissi, es klingelt hier an der Tür. Lissi ist ja gut. Äh, so, da bin ich wieder. Ähm. Ja. Es geht hier einfach weiter. Das war eben an der Tür. Wen das interessiert. Das waren so eine Freaks, die wollten Kartoffeln andrehen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich, als ich wieder reinkommen bin, ich hab mich kaputt gelacht. Ähm. Also, da muss man sich echt schon mal wundern, was die Typen sich einverlassen, um Kartoffeln loszuwerden. Also, ich persönlich muss davon lachen. Ist einfach so. Oh Gott. Lissi. Jetzt ist gut. Hehehe. Gut. Ähm. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde sagen, auch hier endet unser Part. Das war ja natürlich jetzt, äh, Mist. Ähm. Kann ich nichts dran ändern. Machen wir kurz mal einen Abflug. So. Ähm. Ja. Also, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, äh, klickt auf Gefällt mir oder gebt mir einen Daumen hoch. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Euer xgamer032x. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.